Hallo und willkommen zum nächsten Deep Dive. Diesmal geht es uns um UV-Maps und wie wir sie anordnen können, dass wir möglichst viel Texturplatz haben, aber zum anderen auch eine gute Anordnung, wenn wir sie zum Beispiel von Hand bemalen möchten. Dieses Modell hier ist entstanden in unserem Blender Tutorial-Kurs. Ich verlinke euch mal das Video, in dem wir die Siems geschnitten haben, rechts oben. Ich habe mal vier individuelle Maps geanwrappt und angeordnet, um einfach zu sehen, was macht eigentlich dieser nicht genutzte Texturplatz, was für starke Auswirkungen hat er auf unseren Detailgrad später und wie könnten wir es anordnen, damit wir es später gut bemalen können. Als erstes gehen wir mal darauf ein, wie Blender unsere UV-Maps behandelt. Wenn wir einen UV-Unwrap machen mit vorher gesetzten Siems, dann wird er diese ganzen Islands, die daraus entstehen, so gut er kann, skalieren, rotieren und anordnen, sodass wir möglichst wenig Texturplatz verschwenden. Das ist allerdings nicht besonders gut gelöst vom Blender. Hier könnten wir sehr viel mehr rausholen, indem wir sie einfach noch ein bisschen drehen, noch ein bisschen in der Größe variieren und da könnten wir definitiv viele von den schwarzen Flächen, die ja nicht genutzt werden auf unserer Textur, besser abbilden. Ich habe mich für dieses Schachbrettmuster rechts hier entschieden, da wir genau an Grund der Kästchengröße sehen, wie gut eigentlich unser Detailgrad ist, den wir später erzielen mit der Textur. Wir gucken uns jetzt mal an, wie eine Map aussieht, die wir mit UV-Packmaster Pro geunwrapped und mit einer Heuristik angeordnet haben, denn das ist ein großer Unterschied. Hier ist die Arbeit besser gelungen als bei Blender, da unsere schwarzen Flächen im Hintergrund sehr viel weniger sind und unsere Anordnung ein bisschen sinniger ist. Wenn wir jetzt auch noch Duplikate entfernen, das bedeutet zum Beispiel, die Eyelands von den Oberschenkeln, den Oberarmen, den Händen, die sind ja doppelt und wenn wir nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass die unabhängig voneinander bemalt werden, das bedeutet, dass die unterschiedlich aussehen später, können wir diese UV-Eyelands auch übereinander legen. Kleiner Trick, falls ihr das von handhaben möchtet, ihr müsst dann die gegenüberliegenden linken und rechten Hände, eine von denen alle Vertices markieren und mit S und minus 1 ins Negative skalieren. Dann am besten noch die Achse auswählen, entweder X oder Y und ihr habt die komplett gespiegelt und dann lassen sie sich aufeinander legen, auch wenn es eine linke und eine rechte Hand ist. Wir haben jetzt bei unserer UV-Map aktuell keine Duplikate entfernt. Wenn wir auf den dritten Tab gehen, das ist jetzt mit entfernten Duplikaten, da haben wir noch ein viel feineres Texturbild. Wenn wir wieder zurück wechseln auf den Blender-Export, beachtet wieder den Oberkörper, sind wir jetzt bei fast der doppelten Texturdichte. Im Grunde könnten wir im Spiel dann also von einer 2000 Pixel im Quadrat zu einer 1000 Pixel Karte wechseln. Das würde uns einen erheblichen Vorteil natürlich geben beim gleichen optischen Ergebnis. Alleine aufgrund unserer entfernten Duplikate und aufgrund der besseren Anordnung. Ich verlinke euch dieses Add-on unten in der Beschreibung. Generell gibt es viele von diesen Add-ons, die diesen Unwrapping-Vorgang und dieses Anordnen der Map einfach verbessern. Da könnt ihr euch einfach selber ein bisschen durchschauen, was euch am besten liegt. Beachtet einfach nur, ihr könnt die ganzen Dinge auch von Hand machen. Das heißt, es ist keine Funktion dabei, die ihr nicht selber hinbekommen könnt, einfach nur mit Mehrarbeit. Das heißt, es ist eine Zeitersparnis, aber keine essentielle Funktion. Ich zeige euch mal, wie gering eigentlich der Vorteil ist, wenn ihr es auch einigermaßen von Hand machen könntet im Vergleich zu so einem Add-on. Hier habe ich jetzt eine Map von Hand so ausgerichtet, dass sie zum Bemalen einfacher ist. Wir haben hier die beiden Oberkörperhälften, dann haben wir hier den Oberarm, darunter den Unterarm, dann die Hände, hier den Oberschenkel direkt unter dem Oberkörper, dann den Unterschenkel und ein Teil vom Fuß hier oben sowie die Fußsohle. Und das hier sind die Innenseiten der Oberschenkelhöhlen hier, die wir dort eben mit den Kugeln gefüllt haben. Die Kugeln an sich sind so aufgeteilt, dass wir sie mit einer Box Selection später einfach maskieren können. Das heißt, sie sind immer in einer Reihe angeordnet und es erleichtert uns später einfach gewisse Zeichentools darauf anzuwenden, wenn die etwas beieinander sind. Im Grunde habe ich natürlich viel verschwendeten Texturplatz im Hintergrund. Wenn wir uns mal den Unterschied anschauen zum normalen Blender UV, ihr könnt hier mal den Oberkörper wieder in den Fokus nehmen, dann seht ihr, dass es sich sogar noch besser über unsere Textur liegt, wie der Blender unwrap. Das bedeutet, wir haben hier auch noch eine feinere Textur im Vergleich zu dem, was Blender daraus gemacht hat, obwohl wir absichtlich weniger Texturplatz einnehmen, damit es besser angeordnet ist und wir eine bessere Verteilung fürs Auge einfach haben, damit es lesbarer ist für den Zeichner. Aber durch das Verhindern der Duplikate oder zumindest einiger Duplikate haben wir so viel Platz wieder reingeholt, dass es sich besser als unser normales Blender unwrap herauskristallisiert. Wenn wir den optimalsten Fall nehmen, nämlich einen vom Addon generierten Map, dann sehen wir natürlich schon einen großen Unterschied, wie den Oberkörper betrachten zu unserer händischen. Da haben wir definitiv ein kleines Stück schlechter abgeschnitten. Hier ist die Textur definitiv feiner. Aber der Unterschied ist minimal dafür, dass wir hier absolut keine Chance haben, herauszufinden, an was wir hier eigentlich gerade zeichnen. Daher finde ich, ist das Ergebnis ganz gelungen. Es gibt zwei wichtige Dinge, an die ihr euch immer halten müsst. Nämlich einmal, die Eyelands dürfen sich nicht überlappen. Ansonsten habt ihr diese Farbe, die ihr hier anmalt, immer noch auf der anderen UV genauso. Und die andere Sache ist, ihr könnt nicht alles an Duplikaten übereinander legen. Manchmal ist es wichtig, dass wir auch eine Asymmetrie haben, damit der Charakter einfach realistisch wirkt. Bei einem Roboter ist das nicht unbedingt der Fall. Bedenkt aber auch, wenn ihr sowas wie Kratzer oder Löcher oder irgendwelche Abnutzungserscheinungen habt, dass die nicht zu symmetrisch sind. Ansonsten sticht das einfach ins Auge. Abnutzungsgericht